Gareth Bale bleibt in Madrid, Schalke landet Transferdoppelpack und Liverpool legt 100 Millionen auf den Tisch. Das sind die Themen der heutigen Transfernews und damit viel Spaß mit dem Video. Gareth Bale möchte, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen ist, wohl in Madrid bleiben, da seine Kinder hier in der Stadt groß geworden sind und er jetzt keinen großen Umzug vollziehen möchte und er möchte sich jetzt eben für die kommende WM in Katar mit seinem Heimatland Wales fit halten. In Frage kommen hier als spanische Erstliga-Vereine eigentlich nur drei Clubs, das wären Atletico Madrid, Rayo Vallecano und Getafe. Zunächst ging man bei ihm ja von einem Wechsel zurück nach Großbritannien aus, doch das scheint sich jetzt wohl erledigt zu haben. Alexandre Lacassette kehrt zu seinem Jugendclub Olympique Lyon zurück. Nachdem er den französischen Verein 2017 für 53 Millionen Euro in Richtung Arsenal verlassen hatte, kommt er jetzt ablösefrei zurück, nachdem sein Vertrag dort ausgelaufen ist. Der 31-Jährige hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Schalke 04 konnte einen Transfer-Doppelpack landen. Zunächst sicherte man sich die Dienste von Heidenheims Topscorer Tobias Moor für eine Ablöse von einer Million Euro. Und nur kurz darauf konnte man dann auch Florent Molay von Montpellier verpflichten. Er ist 30 Jahre alt, französischer offensiver Mittelfeldspieler und kommt trotz eines Marktwerts von 6 Millionen Euro für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von 500.000 Euro, wohl aufgrund dessen, dass sein Vertrag im nächsten Jahr ausgelaufen wäre. Paulo Dybala befindet sich nun in Gesprächen mit Inter Mailand über einen ablösefreien Transfer, Der mittlerweile 28-Jährige Argentinier hat aktuell nur noch einen Marktwert von 35 Millionen Euro aufzuweisen, während sein Höchstwert damals bei 110 Millionen Euro lag. Liverpool zeigt verstärktes Interesse an Davin Nunez und bereitet wohl ein Angebot über 80 Millionen Euro plus 20 Millionen Euro Bonuszahlungen für den Benfica-Spieler vor. Andererseits zeigen aber auch Newcastle und Manchester United großes Interesse an dem 22-jährigen Uruguay. Und nun hat auch der letzte Bundesligist seinen Trainer für die kommende Bundesliga-Saison gefunden, und zwar der FC Augsburg. Enrico Maasen kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, mit der der 38-Jährige letzte Saison problemlos die Klasse in der dritten Liga halten konnte. Leeds United hat die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Rasmus Christensen bekannt gegeben. Der 24-Jährige Däne kommt für 12 Millionen Euro und ist nach Brandon Aaronsen für 28 Millionen Euro bereits der zweite Neuzugang für Leeds United, der von RB Salzburg, dem ehemaligen Arbeitgeber von Leeds-Trainer Jesse Marsch, verpflichtet wurde. Und zu guter Letzt ist der neue Valencia-Trainer Gennaro Gattuso. Der Italiener hat dort einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das waren die heutigen Transfer-News. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den einzelnen Gerüchten haltet. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.